so halli hallo hallöchen schauen wir doch mal ob das heute ohne irgendwelche zwischenfälle abläuft was haben wir denn hier da ist die quest natürlich immer dran denken ne spoiler und so ne kann ich nicht verhindern darum geht es auch gar nicht ich will das mal an äh wird es jetzt schon kaufen blablabla ich werde das vorgeschlagen blablabla oh ok er springt da natürlich er damit so ach so er gerade wird abgehehre den könig freund ich will mal die weise ausüben weapons of the legend except there is no time to waste so schauen wir mal den da lagern super das sieht jetzt schon mal sehr scheiße aus wie ist das hm äh muss da hin haha cool ach da auch ja man sollte gucken vögelchen flieg ja warte mal ach das ist dieses event hier wenn ich mich nicht aber die paladins zu die und wenn wir uns jetzt angreifen machen wir es doch mal ein 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 Ah, das ist so ein bisschen zu klein dafür. Also hier normalerweise habe ich das ja viel viel größer. Kann man die loot? Nein, kann man nicht. Die Schilde sehen geile aus. Das sieht echt geile aus. Krass. Na komm, der Flieger. Ah, jetzt hätte ich vielleicht doch AI Kripple auswählen sollen. Jawohl. Äh, wo sind die? Hallo? Die sind alle tot oder was? Hä? Das Schild anmachen. DeWaff drauf. Wollen wir sich das mal ein oder... Oh, das ist viel zu weit. So weit habe ich es weiter gemischt. Hm, hm, hm. Ja, und jetzt? Jetzt heißt es weiter, oder? Okay. Okay. Destroy Jailer Service. Was ist das? Okay, dann bleibst du halt mal da. Ist das so? Aber ne, das habe ich schon gar nicht eingestellt. Äh, wo war denn das Kamera? Nichts da. So, danke. Ist mir lieber. Schreit jetzt einfach mal, das ist der Pfeil. Entschuldigung. Keiner mag dich. Du hast bestimmt eine schlechte Kindheit in Ende gehabt. So. Na komm her. Roms. Was? Richtig, der C-Rust. Ist er doch. Ey, was macht denn da mit Wardring? Komm her. Das mal gleich an. Das ist Feierabend hier. Das ist Feierabend hier. Das ist Feierabend hier. Ein bisschen laggy ist es, weil die Fähigkeit noch nicht gut zu lieben. Der wieder down. Muss nur den noch. Muss ich noch umhauen. So, ich komm. Der ist schon. Komm her. Hopp. Fisch ich so an. Tyrion müde. Tyrion schlafen. Da sind noch ein paar. Zorn. Es ist ungeroll, dass man keinen Hammer des Zorns mehr hat. Kann man also nicht beschleißen. Ich bin hier geblieben. Der ist tot. Soldat der Horde. Soldat der Horde. Soldat der Horde. Ich bin hier zu. Hier muss das. Ah, da ist er doch. Wie ist das? Da ist er. The one and only Das war jetzt eigentlich so besonders Ah ja Da kommen wir auf andern zu an Liedlich Ich bin außerreichend. Ich bin außerreichend. Da jetzt hin. Da, 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 da. Bin ja da, bin ja da. Ah ja, dann beeilen wir uns mal. Dann beeilen wir uns mal. Dann beeilen wir uns mal. Return to Tyrion Fortress, okay? Denn die Erspiel haben wir doch nicht. Dritte Maastricht. Hm. Hm. Die Schütte des Todes. Nein. Nicht stören. Die Schütte des Todes. Die Schütte des Todes. Die Schütte des Todes. Die Schütte des Todes. Tja. Da ist er dahin. Pille ist hoffnungsfrei 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 Hier wird gespoilert, ne? Logisch. Ah, ja. Sieht schon schön aus. Hier liegen überall Waffen rum. Ah, der Starshatter. Ah, Blizzard Construction Core. Ja, das kennt man noch. Wer in Klassik beim Vujal war, der kennt dieses Schildchen. Ah, wie kannst du Waffen hier? Ah, Kessera. Das hätte ich genannt, zwei Hände. Schick, schick. Ah, Laserschwert, das rote. Auch die anderen sind in der Hand. Ah, Entschuldigung. Musik vergessen. Die geht ja auch jedes Mal an. Genau, kniet nieder. Ich sollte wahrscheinlich schon Taktur bekommen. Der für eine Waffe da. Oh ja, Gladiator. Der für eine Waffe. Ähm. Achso, ich soll hier raus. Hehe. Cool. Jetzt wird jetzt nicht so hier raus. Ist schon cool. Seid gewünscht. Nice, nice, muss ich schon sagen, da fällt an, da drückst du, oh, Buchwand, wäre was für ein Tauhund, da kann man die Leute kaputt schlagen, ah, okay, so macht man das also. Dritter Segen ist Buggy, muss ich nicht wundern, äh, dritter Segen, ja, lässige Fuhrse. Neat, neat, Claymore, hmm. Was kann ich hier tun? Guck mal, hier geht's. Guck den Leid. Führ die Allianz. Hey. Oh, cool. Na, lauf mal. Hey. 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 Vielen Dank. Hehehe, Heilord, Drownlord, so gefällt mir das. So, da können wir es das geben. Auf geht's. Oh, gibt es einen neuen Begleiter? Oh, es gibt einen Begleiter. EDS wird nie ein Paar. So, was haben wir denn da jetzt alles bekommen? Mit seuren Anhängern. Könnte ich mit dem jetzt irgendwas anfangen? Der ist da für die Garnison. Spür den French Garnison. Was haben wir da noch? Ein bisschen Level ab. Mit den Anhängern. Seltener Freund. Ersprenger. Ah, wie kann ich das jetzt auf? Wie kann ich das jetzt auf? Gucken. Gucken wir das jetzt auf? Gucken wir das jetzt auf. Gucken wir das jetzt auf. Talente. Ah. Ah, ja. Okay. 100. Yeah, jetzt geht's ab. So, was nehmen wir denn? Play of Justice, Judgment. Oh Gott, das nehme ich denn. Was gibt's denn da alles? Play of Justice Routine. Oh Gott, eigentlich sind Divine Storm. Und Judgment. So, wir gehen hier lang. Da lang, da lang, da lang. Genau, und danach kann ich den hier runter gehen. Ne, ne, das wird im PvP cool. Bubble and Wings. Full Damage. Äh, wat? Achso. Na ja. Erschweinzen des 2. Schupt immer einer. Flop. Speed to load. Grace and Shadow. Das Lichtsignal. So, und der ist wo? Da draußen? Wo kann ich da überhaupt schon hin? Wake of Ashes. Cool. Sollten wir vielleicht... Es gibt doch hier hinten immer ein Schwer des Lichts. Ah, hier. Dramatische Wings. Wake of Ashes. Pack ich mal da hin. Und da. Ah, jetzt sind wir ganz viele Paladin. Oh, dieses Kleber hätte ich gern. Ja ja ja. Ehre dem Königfreund. Ehre dem Königfreund. Ehre dem Königfreund. Zeit hier fürs zur Sarwanne-Pur. Für die Albers. Schön, ich könnte hier nichts auswählen. Ist das scheisse? Nee, du kommst da aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Die Verbindung wird aufgebaut. Volk. Gleich wieder im Spiel. So, äh, was sind wir denn jetzt immer hier? Zum Flugpunkt und dann runter. Also nicht. Mal gucken, wahrscheinlich dürfen wir uns jetzt per Error durchbringen. Ja, da kommt der nächste. Kann jetzt ein paar Minuten dauern, bis wir da irgendwie durchkommen. So, auf ein neues. So, weiter, weiter, weiter. Zum Rande platzt. Nein, der hat schon mit dem ganz einstimmig gespeichert. Das ist zum Rande platzt. Okay, ein Teil. Ja. Weg hier. So, schnell nochmal, das war das. Interface, Kamera, ganz runter, die raus. So, so. 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 Dann springen wir mal in die Tiefe. Ich hasse sowas. Wie die Pest. So. So. Jetzt aufbauen. So. Na komm, jetzt brauchen wir doch die beide Kamera. Ist das hier jetzt besser? So. 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 Jetzt müssen wir uns vorsichtig hier durcharbeiten. Boah, jetzt wird's kotzen. Na gut, Alpha halt, ne? So. So, die Insel hier ist für Demon Hunter. Da sind wir jetzt auch nicht zu nah dran, sonst ist man weggeportet. Ja, da hat Platzhalter. Die ist auch geil. So. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Oh. Bis zum nächsten Mal. Okay, der ist mir andere Seite. Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ah, das war. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten 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 Mal. Schau mal an. Sicherheitshalber. Ah, Flash. Da geht er down. Was? Shard of Protection ist gerade im Fall. Ah, und gleich mal weg damit. Oh, hier sind ja noch die Dinger. So, hier gibt es noch ein Ding. Zwei Ballsets sind nicht viel. Na, egal. Nehmen wir mit. Den Doktor kriegen wir noch. So, das heißt wir dürfen Braa Mobs killen. Was ist denn das? Trollschurbel? Okay. Ja, wir sind fertig. Da ist noch ein Ding. Oh, das werde ich nicht. Oh, hier ist noch ein Ding. Oh, hier ist noch ein Ding. Was ist das? 93 94 95 Ah, da holen wir euch doch Das A1 fehlt noch Auch das da Komm her Oh nochmal 93 Was ist mit dem da? Raus damit Hört nichts Haltet euer Pulver trocken Und das Bier kalt Da ist der letzte Der letzte so ne Art So fertig XP Abgeben wir dahinten Mh 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 Auwee, au. Auwee. Aha. Jetzt geht's hoch. Hold up. Willi geht's wirklich hoch. Ah. Und jetzt endlich. Schmeiß mich hier immer noch. Scheiße. Nein. Komm wieder hoch. Fuck. Okay, gehen wir jetzt anders. Wer ist denn Schwerer-Mob? Oh, die Viecher brauchen wir ja. Für die Artefakt. Das Artefakt. Lasst mich in Ruhe. Nein. Och, Menno. Wie sind die Lebensmittel so ungewohnt? Klar, ich bin es gewohnt, dass die diese Riesigen haben. Ja, komm ich jetzt wieder hoch oder nicht? Ach. Ich bin noch nicht mehr im Kampf. Hallo. Oh, wie... Das ist ein Quatsch. Geht doch. So. Das... Gehen wir lieber nicht hin. Das ist ein Quatsch. Ich bin jetzt noch mal hoch. Ah, hier. Genau. Wollen wir uns in Ruhe-Mob? Vielleicht kriegen wir wieder so ein Teilchen hier. Schwer scheint das ja nicht zu sein. Das ist auch schon so. Jetzt wollen wir uns alles töten. Wow, 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 wow. So, wir nehmen uns mal hin rein. Heilige Mutter. Okay, hier ist... Äh, wo ist denn da? Ah, da ist er doch. Tada, ein weiteres. Krustenbewerf gelesen. Und weg hier. Oh, natürlich. Greif mich an. So, schauen wir mal hier. Wo geht's denn hier hoch? Schiffsche Bootsche. Ah, da hinten lang. Okay, da geht's los. Schiffscheibe. Schleichwege hier. Wir sind ja nicht aus Zucker. Hier. Okay. Zack. Ballum. Stirb. Geht er doch. Oh, das ist der dritte. Klar, für Wirklichkeit brauche ich auch so viel. Hm, was ist denn noch was? Nö. Das Tier interessiert mich nicht. Hm, natürlich. Crap, crap natürlich. Was ist denn hier alles so? Fällt dir gefallen im König? Schick, schick. Ah, hier ein Weg. Friedhof. Wrath of the Licht King 2.0, würde ich sagen. Sieht auch sehr ordentlich aus. Was macht die da? Ah, die Nachtelfen. Interessiert mich nicht. Ja, das war mir klar. Böde Kuh. Oh, das war mir falsch. Ne, falsch. Oh, Tarno, Tungu, Gugger. Give me a little suck. Hau ab. Ram up. Den holen wir uns. Was ist denn? Ist der war da? Der war da. 4,2 Mille. Mussten wir eigentlich packen. Der war da. Darauf. Hast du going zurück? Was ist denn der war da? Der war da? Böde Kuh. Und dann ist der war da. A spart. So, die ist hier auch gezogen. Das da noch. Das auch wieder ran. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin wohl wieder. Puh, knapp. Puh, knapp. Das war's. Sehr knapp. Und wenn man sich nicht nebenbei heilen kann. Ah, komm schon. Was ist denn das? Eines Tages... Hm. Seelgebunden. Seh ich nochmal wirklich auf. Äh, hat man so einen Shard bekommen? Ja. Interessantes. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wollt mal dann hin. Wollt mal hin. Wo ist denn da hinten hoch? Ich halte was hier hoch. Ja, ein bisschen hoch. Oh, das ist hier genau. Sees weh ab. Ah, hier weg. Oh, jetzt versteht nichts drauf. Schön. Ah, noch ein Rambo. Ah, da wird da unten im Saal. Ah, da hinten vielleicht. Nee, unten. Jo, ne, da geh ich jetzt nicht runter. Muss nicht sein. Nein. Scheiße, das ist doch falsch. Reifenmeister. Ah. Die Quests. Wahrscheinlich nicht. Prepares. Ach, Gold. So nix. Inkeeper. Hm, soll ich, soll ich nicht? Ja, ich mach mal. Daran komm ich ja immer. Und weg hier. Da ist die Brücke. Genau da wollte ich hin. Ein Hunter. Nee, Hexer. Hm, hm, hm. Ah, noch ein Rambo. Scheiße. Wo ist denn? Wo ist denn? Schon ich kann einer gekillt. Scheiße. Scheibenkleister. Schade. Ja. 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 So, weiter geht's. Äh, wo ist denn? Alter. Das ist doch der neutrale Punkt. Ja. Gehen wir erstmal da hin. Töten. Da ist noch einer. Schön. Oh. Äh. Mehrere Pflecher. Gott. Oh, fuck. Ich muss da hin. So. 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 800. Ja, komm. Das soll ich nicht packen. Das ist so. Oh, dann packt man doch nicht locker. Zack. Ich hab doch Autoloaden alles eingestellt. Hoffentlich ist das wichtig. Oh, hoffentlich ist das wichtig. Oh, hoffentlich ist das wichtig. Was macht der jetzt? Der haut ab. Schönes hier ist. Da ist der Heli. Hier war dann noch irgendwo einer. Da hinten. Ja. Ja. Mauer die vier. Gibt es nämlich mehr Artifact Power. Was geben die 20, gell? So ein Teil. Ja, genau. Oh, die werden es so an sich geben. Wahrscheinlich. 100 Artifact Power. Brauchen wir gleich am Anfang. Mauer mit drauf. Gut für uns. Ja. Loot. Wuhu. Ah, cool. Äh, wo ist denn das Ding? Cool. Großes Ding. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das ist wichtig. So, jetzt gehen wir mal da hinten hin. Da wird es wahrscheinlich Quests geben. Hoffe ich zumindest. So, aber. Interface. Äh. Wo war das noch immer? Schnell plündern. Was sollte er eigentlich dann machen? Ah, Quests. Das da. Das da. Das da. Das da. Noch mehr. Nö. Was soll man machen? Stammwurf. So was gab's doch in, äh, wie heißt's? Ah, Cutter gab's das doch. Oh, Kreiser. Ich bin ein blödes Vieh. Oh, die. Komm her. Das darf ich nicht sehen. Ah, dann komm her. Erlösen wir dich. Oh, cool. Guck mal. Ha. Geil. Ja. Das nenne ich mal ein Lenk. Oder wo hier rum war. Geil. Ne, jetzt nicht mehr. Schön. Ein geht. Geil. Das fies Buggy. Ha, ha. Das sah aber lustig aus. Stirren. 3, 2, 2, Okay. Ah, da liegt er ja tot. Wir probieren mal. Oh, da oben ist das. Da muss nur eins. Da haben wir ja schon mal wieder. Eins noch. Und das wirst du da machen. Zack, da geht's dauernd. Das ist ab da. Wir holen das gerade ab. Ja. Boop. Boop. Seid ihr gelesen? Gleich zu tausend. Gleiches neues. Ja. Was denn? Oh, erstmal den da. Den mal umgehauen. Also nochmal. Aber hauen wir nochmal um. Ja. Oh, ah. Oh, okay. Hält mich doch überhaupt nicht. Nee, da oben müssen wir. Okay. Gehen wir mal. Ah. Warum ist da ein Valhalla denn? Da ist ne Kiste. Dann gehen wir rein. Kiste, Kiste, Kiste. Okay, kann ich nicht öffnen. Sicher? Na schön. Aber probieren's mal. Okay. Wir versuchen's mal. Oh. Ja. Das war wohl nix. Äh. Ach du Scheiße. Kann man nicht da hinfliegen? Naja. Wir laufen. Lalala. Mhm. Also genau. Die Anprobe. Sehr schön. Oh Gott. Aber da kann man nichts mocken. Leider. Funktioniert irgendwie nicht. Habe ich die Tage schon mal probiert. Geht nicht. Oh scheiße. Ich rief zwei weg. Sollten wir auf die Karte gucken. Ich rief. Ich rief. Ich rief. Das ist der Leiche. Und... Nein! Nein! Oh scheiße. Okay, dann sterben wir uns doch tot. Raus! Ja, jetzt sind aber Menschen drin. Okay, dann beantworte ich gerade noch ein paar Fragen auf Twitter. Wiederbeleben und nicht sterben, genau. Einmal das da, einmal das da. Na gut, schnell voll. Äh, ich vermute wie gesagt, dass dieser Bucky ist, deswegen benutze ich ihn nicht. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mich bei jedem drücken um 5 Sekunden heile ohne Global auszulösen. Und so weiter. Also... Nicht wundern. Das ist Quatsch. Der Buck ist aber... Also es ist bekannt. Also es wurde schon weitergegeben, auch von meiner Seite. Dann ist so weitergegeben, der hier ist kein Damm. Aber es wird ab da. Wo? Warte. Oh, der fällt ein. Ach, er fällt ein. Drüber... Guck ein drüber. Das war's für heute. 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 Und doch. Das brauchen wir nicht. Noch nicht. Pah, Spielebeweglichkeit, was soll ich denn mit dem Scheiß? Was soll ich mit Beweglichkeit? Das ist der Nächste. Da kommt jetzt die Hand drauf. Spielebeweglichkeit. Sautermark, das kann ich nicht sparen. Das ist PvP der Kack. Zwei haben wir nur. Die machen das auch. Ach. Aua, ein Getriemer. Schwein. Oh, okay. No Crap. Das ist all. So, P.L. Das ist ein paar Sachen, was ich weiß nicht. Oh, der ist schon rein. Ich wusste nicht. 6 Nerge Card, kriegt 100 Karten auf Reaching gehabt. Kein Kopf. Oh, jetzt mal ein bisschen Leben. Oh, jetzt alle. Ne, ich würde mal laufen. 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 Was ist das? Da ist ein Demon Hunt. Ich würde mal laufen. Das ist das letzte. Noch nicht. Ich muss wieder einen Vierenten töten. Oh, das ist wieder einer. Ich muss wieder laufen. Ich kann es vergessen. Ich kann es vergessen. Das ist natürlich auch. Hier wollte ich nicht so drüber laufen. Ich würde mal laufen. Und dann. Da haben wir es mal Leben wieder. So. Und auch die letzte Kiste. Ach, das war die Quest, die du gestern gemacht hast. Weil jetzt muss ich nämlich hier in die Mitte. Wo die so eine tolle Kiste da drin ist. Da ist ein Köpfchen. Oh. So. Ne, das war's dann. Muss doch nicht rein. Gut. Der nächste Tote der reingelaufen ist wieder einer reingelaufen. Gestorfen. So. Jetzt gehen wir die Quests da unten ab. Die Hälfte haben wir schon. Da ist der Weg. Die Quests nur einfach noch so ein Weilchen. Bevor wir die Artefakt-Power hier einlösen und dann die Skills weiterbringen. Ah, da rüber. Ah, sind wir gleich da. Ah, da rüber. Grüße. Lebt wohl. Grüße. Ach, da hat er noch eins. Möge die ewige Sonne euch bescheinigen. Ach, Bloodnight-Items. Ich glaub's ja gar nicht. Gibt's ja noch. Nur mit Kanschix anfangen. Bärenstix. Irgendwie vorfahren. Super. Komplett woanders. Nur die Bärenstix. Das erste. Gibt's ein Item für. Wie komm ich denn dahinter? Oh Gott, was ein Weg. Ne, mein erster ist da oben. Da ist ein Flugpunkt. Da gibt's wahrscheinlich weitere Quests. Tadam. Ja. Ist hier ne Höhle. Da haben wir schon. Ist hier was. Ah, ne Kiste. Ich schweb sogar. Cool. Ich schweb sogar. Da wird beide gleich kommen. Und da ist noch eine. Und da wird er wahrscheinlich kommen. Da wird dich sogar drüben. Aber doch nix. Muss ich jetzt aufmachen. Geht doch. Schön. Treasure Placeholder. I'll be a real treasure someday. Ey, fällt mir jetzt nichts an. Super. Gut. Also, ja. Da wird irgendwas tolles kommen. Na gut. Da bist du XP. Oh, 3000 Erfahrung. Das nimmt mir doch mit. Schwarzkehles Schwanz. Schwarzkehles Schwanz. Scheinig wieder eine Worken. Ja. Das war's. Aua, das ist ein bisschen Ruhe. Das war's. 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 Das ist Natur geformt hier. Das war's. 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 Was war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ok. Ist er schuld. Er sieht hässlich aus. Tja. Und wieder eins mehr. Machtstücke. Tja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich hab noch eine Frist. Hopplatte. Hoptempo. Schön. Geht in Frieden. Ach du Scheiße. Rauschland. Wie ist das da? Oh, wer ist das hier hinten? Ich geh mal nicht davon aus, dass hier mal mehr Quests kommen. Und wieder laufen, laufen, laufen. Und wieder laufen. Ah ne, das ist Ali, die darf ich nicht hin. Oh, oh. 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 Oh, oh, oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. auf das übersetzen können. Gut. Gut, ich kann Schamanen haben. Hat sich der Realmor beledigt. Also merkt, wenn ihr hier anfangt, nehmt einen Schamanen mit. Oder seid einer. So, ist der König jetzt da? Da müssen wir hier was machen, dass der spawnt. Ah, da. Klingeln wir nochmal da drauf. Da ist er doch schon. Oh, da hat er ein bisschen mehr. Wer macht das da? Äh, er springt. Karma für Arme. Macht er nichts. Ah, jetzt macht er was. Da geht er da. Frei, gut so. Oh, eine wertvolle Münze. Artefakt Power. Wichtig. Hallender Tapferkeit. Das ist doch... Das ist doch... Hallender Tapferkeit. Hallender Tapferkeit. Das ist doch ein Ray... Äh, ein Inni hier. Vielleicht sehen wir ihn ja wieder. Dann treffen wir bestimmt wieder. Wollen wir mal hier hinten, ob da noch irgendwas ist. Da müssen wir nach ein paar Krise die Artefakt Power am Ende nochmal einlösen. Und dann den Air Springer ein bisschen aufmotzen. Ich bin gespannt, wann es die erste Vorlage gibt. Ne, hier geht es ja runter. Nur mal da lang. Bestimmt ein Raw Mob. Ah, nö, aber eine Quest. Ah, hier. Ah, Bücher. Ah, Bücher. Das Tauberschein. Ah, da da da. Oh, die Quest. Auch gut. Das Buch. Hinweis... Ach so, das kann ich lesen... Ah, wollte ich jetzt eigentlich nicht... Das überlasse ich euch, das Lesen von diesen ganzen Seiten... Da ist er, als wenn es da unten wäre... Ja, ist unten... Ok, dann gehts runter... Da muss auch noch was sein... Hier ist nix... Gehen wir runter... Plopp... Shift, genau... Ich steh jetzt rein... Mal hier... Das ist das... Karten... Wie gesagt, dürft ihr lesen... Und da ist auch ein Ramo... Schön, der ist jetzt da oben, die Drecksau... So... Jede Notiz... Dritter Hinweis... Oh, da ist noch einer? Ah... Ah... An Urgen... Ach, das ist doch... Sowas gab es doch schon mal im... Boah, da ist ne Tuntra... Wenn man so... Viecher ruft... Dann kommt ein Epic Boss... Dann kommt ein Epic Boss... Klaro... Ne, das war's... Ach, das war er schon... Oh... Genau, neun Stück schon... Cool... Davon ist der letzte Hinweis... Ist der hier draus? Ne, der wird drinnen sein... Na, hoch geht's... Hoch ins Dürbschen... Das ist nackst... Da geht's aber auch sehr weit hoch... Wie? Da da drüben... Ah ne, hier fehlt hier noch einer... Das ist überlebender... So, drei Lichtblitze oben... Ne, hoch... Das ist mit der Alarm... Hier war lang keiner mehr... Sehr lange nicht... War ich noch ein Rare Mob? Ne... Ach, da drüben in dem Haus... Ach... So doof... Sieht schon einer raus... Noch mehr Quests... Plattenteile mit Tempo... Juhu... Die Klinge, der buckt... Was? Radnür... Ah... Buffen... Was kostet das eigentlich... Gar nichts... Cool... Gefällt mir... Kann man den rufen... Oder so ein Rare Mob... Schönen wir erst den Rare Mob... So rare Mob... Jeder bewegt sich... Ach, da ist er da... Tarven... Na komm her, Freund... Oh... Leben... Need life... Geht doch... Cool... Ein episches Teil... Weißt du, wie viele Artefakten... Was? 100 gibt es, gell? 150 Artefakten... Boah, cool... Da können wir richtig nachher... Aufrüsten... Ja, macht ja nichts... Aber ich hab hier schon einiges... Versteht... So ist er jetzt hier unten irgendwo? So, ist er jetzt hier unten irgendwo... So, ich soll ihn jetzt benutzen... So... ich muss ihn jetzt benutzen... So... ich muss ihn jetzt benutzen... Da ist er doch... Hm... Töten! Oh, der drückt die Schleife. So, kann man verarmen. Da geht er down. Ja, das war da auch noch. Ist noch ein Rearmob? Holen wir uns. Den hab ich aber doch schon. Muss ich nicht verstehen wieso, damit er nochmal anzeigt. Sehr geil. Gab XP, haha. Hol wir? Junge, Freundchen. Kriegen wir dir mal Manieren bei. Zack. Er ist weg vom Fenster. Nein, das da. Da ist nächstes. Oh, wie süß. Na, ne Kiste. Schadstruhe. Wichtig. Artefakt Power. Ah. Shift Loot. Ah, cool. Hehehe. Okay, bug. Okay, wenn's schon gemeldet ist, dann brauch ich jetzt nicht nochmal machen. Mach ich nachher. Wenn ich das Stream beende. Captain Stan. Ja, die Kiste wackelt so. Ich dachte nämlich eben, da ist nichts drinne. Schon wieder Ta... Ich krieg schon wieder Tauben angezeigt. Jetzt kann er mich mal im Arsch licken. Das ist kein Rearmob mehr. So, la. Ich kann mal hier eine Quest abgeben. So. 100 Quests. Wuhu. Ich bin der King. Nein, den da. Da fehlen ja noch zwei. Secret und Kiel. Dann haben wir noch Kielberg draus und dann haben wir PewDiePie. Hehehe. Also ich sollte schon in die richtige Richtung reiten. Den haben wir schon. Ja, der göttliche Sturm macht mehr Schaden als das Urteil. Allerdings gibt's fürs Urteil, glaube ich, nachher ein Talent über den Ashpringer, also über das Artefakt, dass du dich komplett damit mit dem ursachten Schaden heilst. Und dadurch wird der natürlich dann, äh, zumindest in PvP ist es eigentlich dann das viel bessere, die viel bessere Fähigkeit. Der göttliche Sturm heilt auch, aber ich weiß nicht wie viel, äh, das Artefakt, weiß gar nicht. Mal gucken. Ich werde nachher in die Klassenhalle gehen und hier diese Dinge eintauschen. Den Ashpringer, den ein oder anderen Talentpunkt werde ich verteilen können. Und, äh, dann würde ich ja mal gucken, ob der mittlerweile dabei steht, wie viel der heilt. Weil der heilt, wenn ich mich richtig entsinne, nämlich auch dann freundliche Ziele. Äh, da wieder hin. Hallöchen übrigens an die neuen Zuschauer. Ich gucke ja nicht die ganze Zeit auf den anderen Schirm. Deswegen kriege ich jetzt nicht gleich mit. Und ja, Ashpringer ist halt die Artefaktwaffe. Für den Fehlgeld der Pala. Das ist wieder der Torben. Ja, den ignorieren wir einfach mal. Da muss ich wieder hin. Kann ich da hoch? Na, vielleicht. So. Ah, da ist er doch. Na, mach ich gleich mal. Mein erster Seite und ein blaues. Cool. Ha! Zack. Jetzt haben wir mal Tempo. Ja, nicht viel. 11,7. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Das ist das. Talent Nummer 5. Das hier. Ja, okay, Moment. Ich suche mir mal einen Mob. Und dann zeige ich das mal. Das ist aber optisch nichts besonderes. So. Wo ist der Tarben? Jetzt wo ich einen Tarben brauche. Da hinten ist er. Kann ich sagen. Jetzt wo ich ihn brauche, ist er nicht da. So. Komm her. So. Bis dann. Das ist die 5. Also optisch nichts Tolles. So. Nochmal. Heilt ein bisschen, macht ordentlich Schaden, aber ist nichts besonderes. Hat allerdings 25 Meter Reichweite. So. Der hat natürlich nichts. Jetzt muss man wieder da hoch. Wer ist das? Haben wir schon. Ähm. Musch da hinten wieder lang. Hm. Gehts nochmal hoch. Ah, da gehts hoch. Genau hier. Da hoch und dann da rüber. Was im Moment sehr nervig ist, ist diese Lauferei hier. Aber gut. Da sieht man ein bisschen was vom Gebiet. Ist sehr schön. Die Reichweite ist übrigens auf Maximum. Also ich habe die. Oder sollte eigentlich drinnen sein. Wo war nochmal die Reichweite? Ah, hier genau. Sichtweite 10. Also das ist das höchste. Wir haben ja die Sichtweite erhöht. Ist auch eingestellt. Allerdings muss ich gestehen, erkenne ich jetzt hier unten nicht so wirklich einen Unterschied. Aber es gab ja wieder schon dazu. Wobei hier doch. Normalerweise sind die Berge hier im Hintergrund. Das dürft man normal kaum sehen. Ähm. Wir müssen. Wir gehen hier hin und fliegen mal. Ah, hier hoch. Genau. Was ist denn der Flugmeister? Äh. Wieso kann ich hier nichts machen? Ah, da ist er doch. Ja. Wir müssen schon den richtigen nehmen. Sieht schön aus. Aber doch, man kann weiter gucken. Das hier wird man alles teilweise gar nicht sehen. Oder hier hinten. Das wird man glaube ich nur bedingt sehen. Sehr, sehr schön. So, gehen wir mal die Quest noch ab. Pusperte Tempo Mastery. Na, wo hat das da? Noch mehr Tempo. So gefällt mir das. Und wieder blau. Schön. So, die hat jetzt nichts mehr. Der hat nur noch was. Jetzt müssen wir da runter. So, da ist noch ein Flugpunkt. Den habe ich glaube ich gar nicht. Ah, da ist die Brücke. Nee, den habe ich schon. Ja, natürlich. Greift mich an. Wir kommen so langsam auf Level 101. Ach, da ist der Flugmeister. Ach so, das war es. Ich dachte, da kommt noch mehr. Ich dachte, da kommt noch mehr. Es sind bestimmt irgendwie Rare Mobs drin. Aber das wollte ich ja mit dem Tempo. Wir haben jetzt eigentlich 4,51. Oh, wir müssen ja irgendwie hier durch. Geht's nicht weiter. Wir sind einfach mal wahnsinnig. Oh Scheiße. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Nein. 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 Ich bin. Nein. mal wieder. Du Dreck-Sau! Na ja, gut, da kommt der Nächste. Gibt's halt ein bisschen XP, was soll's. Bam! Crit. Das ist auch ein Rare Mob. Na super, dann töten wir den mit. Arme Ziege. Ach, ich lauf jetzt einfach durch. Vier Milo. Du Dreckst mal gleich das hier. So, zack, voll geheilt. Hört sich das. Übrigens von Spielen her, also es macht Spaß. Ist halt etwas ungewohnt, weil man sich nicht mehr so viel heilen kann. Leder bringt man nix, aber ist ordentlich. Den hauen wir mal lieber mit weg. Das wird noch auf CD. So, und jetzt pullen wir den mal. Ich muss nicht mehr. Vier. Oh, der drückt richtig. So. Oh, da sitzt wieder bochen. Das war auch. So. Na ja, jetzt brauchen wir den ganzen Krimpel hier. Jetzt ist immer mal genug hier. So. Schon wieder in der Bronte, so. So. So, Karma für Arme wieder. Nochmal. Nochmal. Also helfen tut es natürlich schon. So ist es nicht. Oh. Plattengürtel. Habe ich nicht vorhin einen angezogen. Ja, aber der hat, der ist besser. Und nochmal so ein Teilchen hier. Mal heilen. Mal heilen. Mal heilen. Irgendwo geht es hier durch. Irgendwo kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ah, die chargen gleich wieder. Mal heilen. Mal heilen. Nein. Mal heilen. Mal heilen. Da ist Kieler töten. Na, ich kann mal bestimmen. Blühblüh, hier gibt's keine Mops. Cool, der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Kette bringt mir nichts. Karma für Arme. Der Nächste. Übrigens, das ist die Fähigkeit, die wir vom Ashwinger bekommen haben. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Der Nächste. Fall um. Geht doch. Der Nächste. Der Nächste. Einfach mal reiten. Nee, das geht in die falsche Richtung. Mist. Der Nächste. Ja, natürlich. Karma für Arme. Ja. Ja, Quest-Item. Ich hatte da eine Quest. Der Nächste. Da bringt mir natürlich nichts. Nee, egal. Sammelsteuer. Der Nächste. Das sieht sehr komisch aus. Natürlich. Schub. Gut. Okay. Gut. 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 Da kommt doch Ich koch vom Eschbringer wieder. Freedom bringt da nix. Prima. Oh, ein Schad. Cool. So. Wann machen wir denn noch neunzehn? Kein Loot. Prima. Scheiße. Da fliegt er in der Luft. Da hat auch nix. Der hat Wild. Okay, der ist auch auf einem. Dann hauen wir den noch mit um. Dann eben nicht. Dann wird eh nix für uns. 27. Der hat keine. Der hat keine. Das Ding da aber. Na, kaum mehr Farmer. Elf Stück. Ne, zehn Stück noch. So. Wer hat Wildscher? Wer hat Wildscher? Er hat immer Wildscher. So. Den hauen wir um. Kling. Kling. Einen einzigen wollen wir da nur noch. Alle nix. Der hat. Dann kann man dann besser wieder am Boden. Bam. Bam. He. Oh. Doch nochmal. Wo ist einer? Der nicht. Der nicht. Da nix. Der da. Ja. Nur einfach den hier. Na. Das ist komisch, dass das bisschen Tempo merkt man. 4,55%. 4,55%. Das ist wirklich nicht viel, aber das merkt man schon. Jetzt haben wir die Quest beendet. Wo sind wir hin? Ah. Äh. Irgendwo ist was. Schön. Hucke ich die jetzt ab. Buggy? Scheinbar. Jetzt sehe ich hier nix. Oh. 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 Da müssen wir rüber. Schuppe um Schuppe. Muss man da hoch? Nein. Tja. Das scheint Buggy zu sein. Kann man da vielleicht anders rüber? Unwahrscheinlich nicht. Jetzt sehen wir's versteckt. Nee. Sollte hier sein. Hier ist aber nüscht. Hier ist nix, da komm ich auch nicht hoch. Schade, kann ich da jetzt gar nicht weitermachen. Naja gut, dann machen wir jetzt einfach mal folgendes, die kann ich nicht abgeben. Gehen wir mal in die Halle zurück. Oh ja, das Artefakt mal aufwerten. Äh wie die Alpha ist? Och, macht Spaß. Also es sieht alles sehr schön aus, es ist wieder sehr schön hier gemacht. Also hat sich bis etwas einfallen lassen, definitiv. Vom jetzigen Standpunkt hier kann man sagen, es macht definitiv Spaß zu spielen. Es ist sehr sehr schön. Fähigkeiten, das ist halt ungewohnt, weil halt doch sehr vieles wegfällt. Genau, das Interface auch so ein bisschen. Sie haben viele, viele Sachen verändert, komplett über einen Haufen teilweise geworfen. Aber, Entschuldigung, ich finde es persönlich sehr gut. So, können wir die Halle auch mal schön ziehen. Ist schon geil. Nein, die Paladin Halle sieht schöner aus. Demon Hunter interessiert keinen. Tja, Tyrion. Die Schammer ersetzt. So, was kann man... Achso, ich muss halt hin. Schauen wir mal, wie war denn das jetzt? Kann ich das hier direkt benutzen? Ah, ok. Wir klicken hier einfach dran. 10 Artefakt Power. 50. Was gibt das dicke da? 100, ne? 150. Zack. New Trade available. 340 Hammer. 200 Artefakt Power. Gut, das habe ich. Ich... Ich will ja hier hinten lang genau... Blade of Justice macht mehr Damage. Das ist eigentlich hier... Minimik. Es gab... Es gab doch irgendwo sowas. Was? Ne... Gibt's... Oder ist es nur eine Idee von Blizzard Sports? Ah, genau hier. Divine Storm. Deals. Ah, genau. Das heilt alle Ziele im Umkreis. Ob es mich selber halt, weiß ich nicht. Und es gab noch irgendwas, dass der... Dass das Urteil des Templars, dass es mich um den vollen Schaden heilt, den es verursacht. Ist es nur Mimik? Ne. Also hier ist es jetzt nicht drin. Mach da nix. Da kommen die Punkte rein. Jetzt haben wir nicht genug. 300 kostet nix. Woah. Da muss man lange für arbeiten. So, und hier haben wir noch nichts frei. Steht da nix dabei, was man machen muss. Schade. Super. Ja. Gut, okay. Ich beendet den Stream jetzt. Ich hab nämlich Hunger. Ähm, eventuell streame ich heute Abend auch mal. Ansonsten schaut einfach auf Twitter dabei. Äh, Twitter vorbei. Und da... Gibt mich schon immer bekannt, wenn der Stream losgeht. Ich sag danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschö tschö. Tschö tschö. chunky gäbe. Vielen Dank.